Musik Ist das nicht süß? Moin moin liebe Leute, da sind wir wieder Teil 6. Last Guardian So Wir haben jetzt diese Was heißt wir? Toriko hat diese vier komischen Wächter besiegt Wir haben die Späre aus dem Körper entfernt Und jetzt geht es weiter Und wie immer hat Der gute Jay keine Ahnung, wo wir lang gehen müssen Diese blaue Tür hat mich ja angefixt Aber Ich ahne irgendwie sowas Geht mir so ein hint, guckt auch dahinten? Er guckt da hinten? Nee, guckt nur gerade mal kurz hin Du willst hoch springen, ne? Hör auf, hör auf Achso, ich soll da hoch springen Okay, verstehe, verstehe Wir gehen weiter Hoffen, dass hier keine Gegner kommen Tatsächlich kommen wir von hier? Kommen wir von hier? Buddy Nein, wir kommen definitiv nicht von hier Genau, das sieht anders aus Das ist schon mal gut zu wissen Okay, hier ist ein Loch Oh, tiefes Wasser Können wir schwimmen? Wir können schwimmen Oh Oh Ey, 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 ey Ey, 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 oh Wow, das war Rettung in letzter Sekunde hier Nice Nice, 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 nice Oh Oh, 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 oh Okay, kommt drauf an, wo man ihn streichelt Kommt drauf an, wo man ihn streichelt Ah, okay, kommt drauf an, wo man ihn streichelt Beach, beach, beach Wir testen jetzt mal alles schnell aus, mal rückblickend und so. Also das Spiel wird auf jeden Fall jetzt gefährlicher, wie man jetzt gemerkt hat. Das war wirklich Rettung in letzter Sekunde hier gerade. Okay, Sperre. Gefällt mir nicht. Komm bitte mit! Please, please. Please. Mal in Sperre. No, 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 no. Ist ein Schwanz? So gut eingeklemmt oder? Ne, okay. Ich dachte schon mal. Okay, trotzdem kein gutes Zeichen. Türen die zugehenden, not good. Wenn ich natürlich aufgeht hier. Hoffentlich auch nicht. Wenn ich natürlich aufgeht hier. Hoffentlich auch nicht. Okay. 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 Und5. よして amann also war es 5 6 5 5 5 6 7 7 7 8 8 8 8 7 9 9 9 9 9 10 9 9 10 9 9 10 9 9 9 5 10 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 14 13�� 12 13. alles gut ist jetzt wirklich eingeklemmt ok wir holen dich hier raus kollege scheibenkleister da wurden auch scheiße genannt was ist das hier die nicht aufgehen sind keine touren ja sorry ich verarsch dich nicht ich dachte vielleicht man wenn ich jetzt alle träger hier das ist doch der ultimative mist keine bewegung er kann sich er kann wirklich nicht laufen die daraus ziehen ja einfach so ist wert ja das wird ein hässlicher kampf dann wenn er sich nicht bewegen kann und diese viecher hier ihre schwere haben ja geil um hat nein mein beider die muss ich machen Ich kann ein bisschen streicheln dabei. So kein Speer in dir drinnen oder so ein Macker, das ist der oberen Mufti wahrscheinlich von den. Den wollen wir jetzt ignorieren, ich kann die Leute nicht, weil ich einfach zu nurig bin. So jetzt endlich hinter den Dingern hier. Mach die Tür auf. Oh, das ist heiß. Ja, ich schneide hier irgendwie dann. Mach weiter. Du hast halt keinen Ton. Leider. Das ist ja nicht mal ein Auftritt auf jeden Fall. So. Ja, ich wollte die Leiter runterklettern. Das klappt ja sehr gut. So. Ey, bei besten will ich nicht in die Leiter runterklettern. Was ist das? Es klappt nicht. Es klappt wirklich nicht. Jetzt aber. Ja, weil ich komm schon. Komm mit. Ja. Endlich viel Tageslicht, wa? So. Kommt der auch mal? Ich werde die Leiter aufhören, oder was? Ich werde die Leiter rauskommen, oder was? Ja, was macht ihr jetzt hier? Ja, was macht ihr jetzt hier? Das verdammte Sackgasse ist hier. Jetzt drehst du dich um und wir gehen raus hier. Kommst du jetzt? Ja. Oh, oh, oh. 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 Du weißt ja bestimmt, wo es lang geht, komm schon. Oder da hoch, ne? Aha. Mir egal, auf jeden Fall, lass mal weitergehen. Ja. 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 naja zum oben zu dem griff kommen wir wohl doch nicht er macht jetzt mal sauber richtig absolut elegant runtergesprungen natürlich durch diese türen kommen wir eh wieder nicht so was geht hier noch anfass ok jetzt stecken wir bei den ganzen weg jetzt zurück zu unserem turico so wurde bestimmt überspringen jetzt können wir dem aber wieder kunststück zeigen komm her dann will gar nicht mitmachen ne ne er will wieder nicht dann lasse ich hier liegen für dich bitteschön spring doch da rüber jetzt komm schon ja super machst du jetzt was schlafen das wird nix das wird nix ach ich kann durch springen ach du heiliger miss es ist so einfach wieder für mich gewesen so haben wir den bildern wie ich durch diese epischen gitter gerade gesprungen obwohl ich komme da nicht durch und er schiebt das ding einfach auf genau ja damit verabschiede ich mich für den teil 6 ich habe mich da auch wieder rein würde mich freuen bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss